mit uns hast du gute karten ich begrüße euch recht herzlich zum dritten und letzten des heutigen quarantäne stream ist der gute jetzt ist nach wie vor da und wir steigen mal ein in das letzte mensch des heutigen tages viel spaß beim zuschauen und dann frei für das finale runde 3 6 fang ich einfach mal an mach das mal ich sehe schon dass ich gleich wieder nicht mit spielen darf das hat beim mit konbis normalen schörer meinen golden apparat hat hier den effekt ja was machte ich schwöre mir 1 Maschinen-Monster Stufe 4 niedrig aus meiner Hand. Du scheinst auch nicht so ganz überzeugt von deiner Stadtart gewesen zu sein. Absolut nicht. Ich überlagere die beiden. Ich habe ein Baguska. Das ist Verzweiflung. Ja. Ja. Baguska. Mach. Kann man mal machen. Ja. Sehr schön, dann ziehe ich meine Karte. Seriously. Sehr schön, ich normalbeschwöre mein Kammerdrachenmädchen. Durch den Effekt von Baguska geht es die automatischen Verteidigungsposition. Von daher kann ich auch ihren Effekt nicht aktivieren und mir keine Drachenmädchen-Zauberer-Fälle suchen. Oder eine Drachenmädchen-Karte. Drachenmädchen-Zauberer-Fälle. Gut, dann werde ich stattdessen einfach nur zwei Karten verdeckt setzen und dann mein Spielzug beenden. Okay, jetzt ziehe ich. In der Stand-by-Phase. Muss ich ein Material abhängen? Ja. So. Mit dir will ich in den vorkommenden Goblin. Die tausend Lebenspunkte nehme ich mir gerne mit. Ich bin da nicht gewohnt, Lebenspunkte zu bekommen, außer ich spiele metaphysisch. Ja. Dann setze ich ein Monster verdeckt. Mhm. Dann in deiner Endphase aktiviere ich Drachenmädchen-Putz-Aktion. Ich darf jetzt ein Drachenmonster wählen, das ich kontrolliere und eine Karte, die du kontrollierst und oder in deinem Friedhof pflicht und sie beide auf in die Hand zurückgeben. Ich würde gerne mal Guzga auf die Hand zurückschicken und mir mein Drachenmädchen zurücknehmen. Und heilen nicht. Oh ja. Genau. So. Dann machen wir weiter. Das tue ich. Ich ziehe mal die Karte. Oh, das ist natürlich auch nett. Dann. Normal beschwöre ich mein Küchendrachenmädchen. Wenn sie als normaler Spezialbeschwörung beschworen wird, darf ich meiner Hand ein Drachenmädchen-Monster von meinem Deck hinzufügen und anschließend muss ich ein Drachenmädchen-Monster von meiner Hand auf den Friedhof legen. Dann suche ich mir das Krankenschwester-Drachenmädchen und parke es auch direkt auf dem Friedhof. Durch den Effekt oder wie? Durch den Effekt von dem Küchendrachenmädchen. Also ich suche mir erst ein Drachenmädchen und muss dann ein Fahrt werfen. Okay. So, und am Beginn der Battle-Phase, das haben die ganzen kleinen Drachenmädchen halt gemeinsam, kann ich sie auf die Hand zurückgeben und dann ein Drachenmädchen-Monster beschwören, das fünf Stufen höher ist als ihre eigene Stufe. Also die Level 3er beschwören ein Level 8 Drachenmädchen-Monster von Hand oder Friedhof und die Level 2er beschwören ein Level 7er Drachenmädchen. Okay. Ach, das war der Fehler, den ich gemacht habe. Ach, jetzt fällt es mal auf. Gut. Aktiviere ich meine Gastfreundschaft der Drachenmädchen. Damit darf ich ein Drachenmädchen-Monster als Spezialbeschwörung von meiner Hand oder meinem Friedhof in Verteidigungspositionen beschwören. Und dann ein Drachenmädchen-Monster mit derselben Eigenschaft, aber in einer anderen Stufe von meinem Deck auf den Friedhof legen. Da würde ich mir dann gerne meine Krankenschwester-Drachenmädchen einmal zurückholen wollen. Und ein Drachenmädchen mit der gleichen Eigenschaft, also eher davon am Deck auf den Friedhof legen. Da haben wir dann das Drachenmädchen-Rentner-Wachs-Keks. So. Dann aktiviert sich der Effekt von meinem Krankenschwester-Drachenmädchen, aber da ich dummerweise kein Drachenmädchen in der Stufe 4er niedriger am Friedhof liegen habe, kann ich den Effekt gerade nicht nutzen, was man für Tablet vielleicht nicht gemacht hat. Ich hätte vorher eine Link-1-Beschwörung machen sollen auf den Großer-Lamander-Almirage. Dann mache ich jetzt einfach weiter mit einer weiteren Link-1-Beschwörung. Und... ...rufe Wachdrache Elpi. Ja, moin. Ist aber gut, dass ich noch ein paar Alternativen habe. Ich aktiviere den Effekt von meiner Drachenmädchen-Putz-Aktion im Friedhof. Ich darf es nämlich vom Friedhof verbanden, um ein Drachenmädchen-Monster als Spezialbeschwörung von meiner Hand oder meinem Friedhof in Verteilungsposition zu beschwören, aber es wird während der Endphase auf die Hand zurückgegeben. Und den Effekt nutze ich mal, um meine Krankenschwester-Drachenmädchen zu beschwören. Dann aktiviere ich den Effekt und hole mir mein Küchen-Drachenmädchen auch nochmal zurück. Okay. So, dann machen wir jetzt eine Link-2-Beschwörung. Und spendieren uns einen gekreuzten Rosen-Drachen. Effekt, Wachdrache Elpi, wenn ich zwei Link-Monster kontrolliere, die auf die gleiche Zone zahlen, kann ich einen Drachen aus meinem Deck beschworen. Das würde ich gerne mal machen. So, dann beschwöre mir. Roträugiger, finsterer Metalldrache. Mit seinem Effekt darf ich einmal pro Spielzug einen Drachen aus meiner Hand oder meinem Friedhof als Spezialbeschwörung beschwören. Und den Effekt würde ich gerne aktivieren wollen. Und dann beschwöre ich mein Kammerdrachenmädchen-Effekt. Ich darf mal einen Drachenmädchen-Zauberer-Fälle von meinem Deck suchen. Und da suche ich mir den Wechsel der Drachenmädchen. Dann aktiviere ich den Wechsel der Drachenmädchen. Das ist im Prinzip eine Fusionskarte. Ich darf jetzt ein Drachenmädchen-Fusionsmonster beschwören und dafür das passende Material von Hand oder Spielfeldseite benutzen. Und ich darf ein Drachenmädchen-Monster auf dem Spielfeld wählen, wenn sie im Friedhof liegt, das gewählte Monster auf die Hand nehmen und die Zauberkarte ebenso. So, und dann fusioniere ich mal meinen rotäugigen Fenstrenmetalldrachen und meinen Küchenmädchen. Und dann beschwöre ich mein Drachenmädchen-Sucha. Die kann einmal pro Spielzug eine Karte oder einen Effekt von dir annullieren. Das ist ganz nett, wie ich finde. Und während der Stand-Pay-Phase darf ich ein Drachenmädchen der Stufe 9 oder niedriger als Spezialbeschwörung von meiner Hand oder meinem Friedhof beschwören. Genau, und wenn ich den Annullerungseffekt benutze, dann geht sie ins Extradeck und beschwört dann das Küchendrachen, also das Hausdrachenmädchen. Okay. So. Jetzt muss ich einmal kurz gucken, dass ich es richtig mache. Ach so, das funktioniert eigentlich jetzt nicht mehr so gut. Gut, aber ich kann da noch eine kleine Interruption hinlegen. Mit Alling-Zwei-Beschwörung. Und da rufe ich dann einmal das priesterliche Siegel der himmlischen Servern hin. Uiuiui. Ja. Mir wird gesagt, ich werde beantworten, dass ich dich wegkommen würde. Ja, ich glaube, mehr kann ich im Moment nicht besonders so gut machen. Reicht doch, oder? Ja, jetzt gehe ich jetzt in die Battle-Phase. Ja. Und aktiviere den Effekt von Kammerdrachenmädchen am Beginn der Battle-Phase. Gebe mir sie auf die Hand zurück und möchte ein Drachenmädchen in der Stufe 7 oder höher als Spezialbeschwörung von meiner Hand oder meinem Friedhof beschwören. So, dann nehme ich mir sie zurück und dann beschwöre ich mein Drachenmädchen-Rentner-Wachs-Keks. So. Dann greife ich mit dem Drachenmädchen-Rentner-Wachs-Keks ein verdecktes Monster einmal an. Den B-Buster-Drag aktiviere ich den Effekt, wenn er vom Spielfeld auf den Friedhof fällig fällt, darf ich mir ein Union-Monster hinzufügen. Ähm, ja, ist in Ordnung. Ohne, warte mal. Und dann greife ich mich mit dem Drachenmädchen-Suma einmal direkt an für 3.500 Punkte. Ja, richtig. Gut, dann gehe ich in die Main-Phase, gehe ich ans Ende der Battle-Phase und aktiviere den Effekt von meinem Rentner-Wachs-Keks und dann darf ich nämlich jetzt sie einmal auf die Hand zurückgeben und dann ein Drachenmädchen-Mosser der Stufe 2 als Spezialbeschwörung von meiner Hand beschwören. Da ich keins habe, fällt das leider sogar raus. Hast du noch mal Glück gehabt? Ich halte das ja verliegen. Ja. Okay. Erstmal. Dann bist du dran. Dann ist ich. Stemper Main. Mhm. Also der kann was bouncen und der kann Effekt anunieren? Der kann alles anunieren, ja. Alles? Alles. Monster-Zauber-Wall-Erfaller. Mhm. Toll. Mhm. Ähm. Dann mal beschwöre ich meinen C-Quash-Schweiber. Mhm. Was macht der? Der... Wenn der vom Feld auf den Friedhof geht, dann darf ich einen Union-Monster aus meiner Hand beschwören. Mhm. Wenn er was ausrüstet, ist das unaffektet von Fallenkeit. Mhm. Dann würde ich gerne einen Effekt vom Priesterliche Siegel der himmlischen Sphären anketten wollen. Dann entgebe ich dir den auf die Hand zurück. Dann der zweite Effekt, weil er als Tribut angeboten wurde, darf ich jetzt einen Drachenmonster aus meinem Deck beschwören. Hat aber nur Angst und Verteidigungspunkte. Da beschwören wir... Das ist ein gute Salondrachenmädchen. Dann Effekt Salondrachenmädchen. Und ich darf eine Drachenmädchen-Karte von meinem Deck auf den Friedhof legen, wenn sie beschworen wird. Dann nehme ich die Drachenmädchen-Protektion. Mhm. Dann darf ich doch theoretisch weitermachen, oder? Dann darfst du theoretisch weitermachen. Praktisch genauso. Hier wäre ich den Effekt von meinem Galaxiesoldaten. Mhm. Der von meinem Goldene Apparaten. Mhm. Und beschwöst. Dann spitze abgesprochen. Ja. Beschwörung ist okay. Beschwörung ist okay. Der kann nur Effekte annonieren oder auch zur Zerstörung. Der zerstört die Karte auch. Hm, ist nicht so schön. Ja. Wird er seinen Effekt dann aktivieren? Ähm, ich würde den gerne als, oh, warte mal. Hm. Chainlink 1 aktivieren. Und als Chainlink 2 würde ich gerne inautorisierte Reaktivierung aktivieren. Ähm, das geht nicht direkt als Chainlink 2, weil das ja kein Trägereffekt ist, der auf die Beschwörung reagiert. Also den kann ich erst noch mit dem Drachenmädchen-Karte zu machen. Also du kannst erst reagieren, dann kann ich also, okay, stimmt, ja. Gut, dann möchte ich den Effekt von Drachenmädchen so einmal anketten und den Effekt von Galaxie-Soldaten annulieren und zur Zerstörung. Genau, dann geht diese Karte ins Extratec und ich beschwöre ein Haus Drachenmädchen und speziell Sprech. Warten wir mal. Ja. Also der ist Chainlink 1, der ist Chainlink 2 und dann mache ich Chainlink 3 auf den. Das ist dein gutes Recht. Rüste ich den mit dem A aus und das sind nämlich andere Fekte von Monster-Effekten. Der müsste erst auch durchgehen, oder? Das ist total jetzt ja richtig, ja. Dann Resolve, ja. Das ist der zweite Effekt. Also, ne, gleich nochmal. Jetzt nicht nochmal suchen. Dann hast du sowieso nur einen Spitzung machen, den Such-Effekt. Genau. Dann auf die Beschwung würde ich gerne reagieren wollen und aktiviere mein Vom Grabgerufen und möchte ganz gerne einmal das C aus dem Friedhof verbanden. Naiv. Doch. Dann belagere ich die beiden. Dann triggert das A und kann mir ein B zurückladen. Gut, dann möchte ich gerne, glaube ich, auch noch was aktivieren. Ich überlege gerade, ob ich das vielleicht machen will. Jetzt habe ich noch eine Endlichkeit, das ist natürlich gleich ein bisschen mächtig. Möchtest du was machen? Ich möchte gerne den Effekt von meinem Drachenmädchen Putz-Aktion anketten und ein Drachenmädchen-Monster aus meinem Friedhof beschwören. Das wird aber während der Endfaser noch auf die Hand zurückgegeben. Genau. Dann beschwöre ich meinen Krämpfenschwester-Drachenmädchen. Ja. Und dadurch, in der Endeffekt möchte ich gerne ein Drachenmädchen der Stufe 4 an die Rieger vom Friedhof zurückholen. Ja. Nämlich das Küchendrachenmädchen. Der Endeffekt Küchendrachenmädchen, ich möchte gerne ein Drachenmädchen-Monster vom Deck auf die Hand nehmen und anschließend eins auf den Friedhof legen. Ach so. So, dann suche ich mir das Drachenmädchen-Hünke. Witzige Namen irgendwie. Mhm. Und trenne mich von meinem Drachenmädchen, meinem Kammerdrachenmädchen verabschieden. Also bist du jetzt fertig? Ja, jetzt darfst du weitermachen. Okay. Da ist der Infinity. Gut, dann möchte ich gerne auf die Bescherung erstmal reagieren. Und zwar mit dem Effekt von Drachenmädchen-Lonzer. Ich darf sie nämlich abwerfen und eine offene Karte werden, die du kontrollierst. Und du kannst in diesem Spielzug die Effekte von den Karten nicht aktivieren. Und ich wähle mit Lonzers Effekt einmal deinen Cyberdrachen-Unendlichkeit. Ja, dann würde ich gerne den Effekt aktivieren von Infinity und den Negieren und zerstören. Gut, das ist in Ordnung. Dann würde ich gerne den zweiten Effekt aktivieren und den gerne einsaugen. Ja, da kann ich leider nichts gegen machen. Nice. Dann gehe ich in den Battleface. Greif an über, der kriegt ja 200 Punkte, ne? Ja, die 2,7. 2,4,6, 2,7, der 2,6. Dann renne ich über den Großen. Dann aktiviere ich den Effekt von Drachenmädchen-Hünke. Ich kann sie abwerfen und dann an Drachenmädchen-Monster, wenn er sich kontrolliert, das bekommt 1000 Angriffspunkte. 2000 Angriffspunkte. 2000. Bis zum Ende des Spielzugs. Okay, na gut. Dann hat die jetzt 4600. Ja. Das heißt, du kriegst dann einmal 1900 Punkte Schaden. Ja. Dann machst du. Gut, dann ziehe ich eine Karte. Gut, die werde ich jetzt nicht unbedingt brauchen. Ich nochmal beschwüre Kammerdrachenmädchen und möchte mir gerne ein Drachenmädchen-Zauderfalle suchen. Ja. Dann suchen wir uns eine Begrüßung der Drachenmädchen. Damit bekommen alle meine Drachenmädchen-Monster 100 Anges- und Verteidigungspunkte. Genau. Insgesamt. Und falls ich 2. Da mehr Drachenmädchen-Monster kontrolliere, darf ich eine Drachenmädchen-Karte beim Friedhof wählen, außer die Begrüßung und sie meiner Hand hinzufügen. Die aktiviere ich auch. Und dann aktive ich auch direkt den zweiten Effekt. Und möchte mir gerne eine Drachenmädchen-Karte vom Friedhof zurücknehmen. Und dann spare ich mir noch das Bouncen der Karte und nehme mir einfach die Wechsel der Drachenmädchen direkt auf die Hand. So, die aktiviere ich auch direkt und dann fusioniere ich meinen Rettnerwachs-Keks mit dem Kammerdrachenmädchen. Und beschwöre einfach ein neues Drachenmädchen-Zauder. So, dann setze ich eine Karte, dann gehe ich in die Battle-Phase. Am Beginn der Battle-Phase die Effekte von meinen drei Drachenmädchen. Ich dürfte was Passendes beschwören können. Ah ne, die muss ich sogar noch auf die Hand nehmen wegen der Putzaktion. Also die ist gar nicht auf dem Feld. Gut. Dann habe ich aber noch die beiden. Dann ihr Effekt, nehme ich sie auf die Hand. Drachenmädchen-Hünke. Ihr Effekt. Drachenmädchen-Lonser. Ja, das ist doch brutal. Ja. Und dann Attacke, Attacke, Attacke. Ich hatte drei Bs und zwei Apparate auf der Starthand. Uff. Das ist natürlich bitter. So cool. Ich habe gerade gerufen, nehme ich meinen C weg. Da war es auch echt ein Glückstreffer, dass ich die noch auf der Starthand hatte. Ohne, die hättest du jetzt aber den Dragon Buster hingelegt und dann hätte ich auch geweint. Ja. Dezent. Vor allem, das Deckbrauch hat einfach ein bisschen Vorlaufzeit, um weiter reinzukommen ins Spiel. Deswegen. Eins auch ein bisschen. Ja. Wie gesagt, von hier, ne? Ja. Und dann hier Reset. Und dann hier Reset. Ja. ... die man halt machen kann, wenn man sein Feld entsprechend aufgebaut hat. Muss nicht immer der Fall sein, aber es ist manchmal ganz durchaus sinnvoll, die Beschwörung so weit durchzuziehen, wie es halt möglich ist. Ja, man weiß ja nie, was der andere noch vorhand hat, ne? Eben, genau. Und bei den Drachenmädchen ist es tatsächlich so, wenn ich die auf der Hand habe, die ganzen kleinen Mädchen, kann ich die Effekte halt in der Mainphase 2 im Zweifelsfalle noch nutzen, wenn ich sie nicht im gleichen Zug beschworen habe. Dann fange ich mal an. Ja. Das ist dein gutes Recht. Dann beschwöre ich als Nahrungsschwür meinen goldenen Apparat, aktiviere seinen Effekt. Ja. Beschwöre das C-Quashweiber aus meiner Hand. Aktiviere ich die unautorisierte Reaktivierung auf meinen C. Mach mal. Ich wusste das mit einem Union-Schweiber aus meinem Deck aus. Aktiviere ich seinen Effekt, den verbanne ich. Darf ich jetzt das C-Quashweiber mit einem anderen Union-Mundes aus meinem Deck ausrüsten. Das hat jetzt nicht mehr die Einschränkung, dass ich das jetzt nicht in der Runde als Spezialbeschwörung beschwören kann. Mhm. Das heißt, ich würde meinen B ausrüsten und das dann auch direkt als Spezialbeschwörung zu beschwören, als Union ausklinken. Ja. Dann würde ich B und den Gadget weglenken. Mhm. In Barrikabock-Docker. B-Effekt. Ja. Sucht mir das fehlende A. Um A und A. Dann linke ich die beiden weg. Mhm. In den... Aurodon. Schön an die Effekte Aurodon und C. Ja. Einen Schreck 2. So, kriege ich 3 Spielmarken. Einen Schreck 3 Routen. Zwei. Um einen Verdukungen höher zu auf dem Deck zu beschwören. Ja. Um einen Verdukungen höher zu auf dem Deck zu beschwören. Einen Schreck. Einen Kaliberlade Wildrachen. Einen Schreck. Einen Schreck. Einen Schreck. Einen Schreck. B-B-B-C. Beschwöre meinen ABC Dragonbuster. Mh. Und jetzt seine Karte verleckt und blende meinen Zug. Uff. Gut. Wenigstens habe ich jetzt den Negate nicht mehr vor der Nase. Der hätte mir ein bisschen mehr wie getan als der Dragonbuster. Mhm. Ich normal beschwöre meinen Salondrachenmädchen, damit ich kann ihren Effekt aktivieren, um meine Drachenmädchenkarte von meinem Deck auf den Friedhof zu legen. Ja. Dann nehme ich... ...meinen Krapenschwester Drachenmädchen. Okay. ...mh. Mh. Mh. Oh. Effekt Drachenmädchenmädchenlonsar. Ich würde dir gerne den ABC Drachenbuster als Ziel wählen und dich daran hindern, in diesem Spiel zu seine Effekte zu benutzen. Dann würde ich doch gerne den Effekt von Dragonbuster unchainen, den Twin Twister discaden und die ...gern Menschen. Und dann seinen zweiten Effekt auch nochmal unchainen, ihn rebooten und die Teilwertsruktion. Ja. A, C, B oder H, B, C. Okay. Wie man stimmt. Mach nichts, komme ich dran vorbei. Okay. Ich aktiviere Wiedergeburt und würde mir ganz gerne den ABC Drachenbastor mal ausleihen. Naja. Oh ja. Wenn man heute Spaß macht. Und ich habe noch eine andere schöne Karte. Ich aktiviere den Spiegel des Drachen. Jetzt habe ich ein Drache-Fusionsmonster beschwören, nämlich passendes Fusionsmaterial vom Spielfeld- oder Friedhof verbanne. Ich verbanne mal meine Krankenschwester Drachenmädchen und Drachenmädchen Lonsar. Mhm. Und spendiere mir einen Drachenmädchen Sua. Mhm. Schön, oder? Ja. Battle-Phase. Ja. Angriff mit dem Drachenmädchen Sua auf den Kalibernade Wilddrachen. Nämlich 500 Punkte Schaden, ne? Ja. Ja. Und mit dem ABC Drachenbastor werde ich dir, boah, das ist natürlich jetzt gemeint, dass du vielleicht den zweiten Basta beschwören kannst, wobei das ist mir eigentlich fast egal, aber den Anni-Richtern einfach, wenn du was machst. Ich greife den Mecha von Pumpen und Geheuer Aurora dann an. 1400 Punkte. Ne, 600. 600. 900 Punkte, genau. Ich kriege den. Ja, Mathe ist schwierig. Ich war nur so spät. Ab einem gewissen Punkt ist Mathe schwierig, ja. So. Mhm. Tja. Dann. Gebe ich erstmal an dich ab. Okay. Da an sich. Mhm. Stemper-Main. Ich überlege gerade in der Stemper-Phase, weil ich könnte noch eventuell den Effekt von Sua benutzen. Keinen Monster effektionieren, ne? Ne, damit kann ich ein Drachenmädchenmonster beschwören. Von meiner Hand oder meinem Friedhof. Okay. Aber nein, möchte ich nicht. Also möchte ich den Main fest. Mhm. Kann ich gehen und zerstören, ne? Mhm. Okay. Verfahrene Situation. Mhm. Mhm. Ich will die eigentlich verklingen, aber irgendwie auch nicht. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Eine Handkarte, ne? Eine Handkarte, ja. Dann legierst du mir das, sonst ist der weg. Ich versuche es einfach. Ich lenke alle drei weg. Mhm. Ich alle drei auf jeden Fall sicher im Friedhof. Äh, Altron Mutter Einhorn. Jetzt aktiviere ich den Effekt von, äh, äh, Warte, dem... Jetzt bilde mal die Kette. B-Chaining 1. Einhorn-Chaining 2 und A-Chaining 3 muss ich den Standpunkt abwerfen. Einhorn möchte ich gerne... Mhm. Scheiße. Den ins Deck mischen. Den ins Deck mischen. Ja, ne, ist okay. Da werde ich... Da kann ich ja maximal sowieso nur das A annullieren. Das A macht was, ne? Das edit vom Grab. Das edit vom Friedhof. Ein Union-Monster, ne? Mhm. Was ist die Frage? Willst du dir noch was... Also du willst ihm aber irgendwas hinzufügen oder dann kannst du ihm... Äh... Chain. Ich kette den Effekt von Drachenmädchen so an und annulliere den Effekt von dem Angriffskerner. Okay. Das heißt, A resolve nicht, B resolve und Unicorn resolve. Genau. Aber erstmal resolve die noch komplett und mischt sich ins Deck zurück. Und dafür kriege ich mein Hausdrachenmädchen. So. Okay. Was macht die? Das Hausdrachenmädchen kann während der Stand-by-Phase ein anderes Drachenmädchen-Monster-Wählen, das ich kontrolliere und dann ein Drachenmädchen von meinem Friedhof beschwören, das einen anderen Namen als das gewählte Monster hat und eine Stufe höher oder niedriger ist. Genau. Und wenn ein oder andere Drachenmädchen-Monster auf die Hand zurückgegeben werden, außer während des Damage Steps kann ich eine kalte Welle, die du kontrollierst und sie zerstören. Aber das ist jetzt gerade nicht wirklich möglich. Also der kann sich quasi austauschen oder das? Nein, sie zerschießt nur Karten, wenn ein Drachenmädchen auf die Hand zurückgegeben werden. Okay, das passiert jetzt erstmal nicht. Unbeschwert während der Stand-by-Phase Dinge, wenn ich andere Drachenmädchen auf dem Feld habe. Okay. Dann verbanne ich A, B und C. Warte. 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 Das finde ich schön, dann aktive ich den Effekt von ABC Drachenmädchenmädchen. Ich werfe eine Handkarte ab und möchte gerne den ABC Drachenmädchen verbannen. Okay. Warte. So, dann... Link 4, Zugangs-Koditsprecher. Er sagt nicht, dass du den drin hast. Belastend. Effekt A auf Einhorn. Kann er ein beliebiges Monster auswisten? Oder nur ein Maschinen-Monster? Ein Nicht-Maschinen-Monster. Ah, okay, dann bin ich das nicht. Dann bist du. Gut, stand, ziehe ich eine Karte. Toll. Battle-Phase. Angriff mit dem Drachen-Buster auf den Atom-Ritter Einhorn. Für 800 Punkte Schaden. Und der Hausdrauch-Harmite greift den Angriff-Scan für 1.100 Punkte Schaden an. Und dann beende ich mein Spielzug. Ja, das kann ich nicht so. Ach gut, ja. Ich ziehe. Oh, hier ein Hangar. Uff. Ist die Aktivierung hier. Ja, ist in Ordnung. Ziehe. Mhm. Mal mit C. Weck Drachen-Buster. Auf den C. Dann musst du. Beide Phase, ein auf Angriff. Ja, mein Plan war es halt mit dem A, wenn ich das normal und dann A mit Drachen-Buster ausrüste. Mhm. Wenn du jetzt nicht so schnell gewesen wärst und den Direktverband hättest, dann wäre es anrektig gewesen, der Drachen-Buster von deinem Drachen-Buster. Und dann hätte ich ein sicheres Spiel gehabt, aber du warst zu schnell. So weit habe ich es nicht kommen lassen. Ja. Aber ich hätte es so oder so verloren. Also von daher, ich hätte maximal bei meinem Drachen-Buster 3 noch banishen können, aber dann hättest du immer noch das Drachen-Mädchen gehabt. Ja, genau. Wobei dein Drachen-Mädchen wahrscheinlich noch eine größere Chance gehabt hätte, als wenn ich jetzt beide behalten hätte. Ja. Aber, naja gut. Soll schon mal passieren. Genau. Und ein Duell haben wir ja noch, also von daher. Genau. Ist auch relativ gut in der Zeit, oder? Ja, das kriegen wir wohl jetzt hin. Ich fang mal an. Mach das mal. Ich fang vom Galaxie-Soldat. Ja. Dann such dir mal noch einen weiteren Galaxie-Soldat. Ich rieche hier schon den Cyber-Drachen der Endlichkeit. Und Drachen-Mädchen ist zurzeit kein Meter. Da ist das Deck weit von entfernt. Ja. Ein weiterer ... Boah. Oh, 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 oh. Ja, alles klar. Passt. Komm. Das Problem ist leider bei mir auch, dass meine Hand nicht unbedingt die beste ist. Ach, du ... Hilfe? Wie viele Angriffspunkte hat der gerade? 2600, nein, 2700 hat der. Ja, 2700. Boah, jetzt kommen schon die Verzweiflungstaten hier los raus. Ich normal beschwöre Krankenschwester Drachen, Mädchen. Den Fakt kann ich nicht benutzen, weil ich kein Monstrum im Friedhof habe zum Wiederbeleben. Ich verbanne sie aber aus dem Spiel und rufe rotäggiger Fitzgera, Metalldrache. Battle-Phase. Angriff. Dann kann ich nichts gegen machen, oder? Ich fürchte nicht. Der Effekt zum Ausrüsten oder Anhängen ist nur ein Effekt während deiner Main-Phase. Dann nicht. Dann Main-Phase 2, Effekt Metalldrache. Beschwöre ich Drachen, Mädchen, Rentner, Wachs, Keks. Eine Verdeckte und Rüst. 40. Absatz. Ja, die 1000 Punkte nehme ich wohl. Hm, doch so gut. Setz dich noch eine Karte, verdeckte Bände im Entzug. Dann in deiner End-Phase aktiviere ich Wachdrachen-Kataklysum. Das heißt, ich darf jetzt einen Drachen-Monster als Tribut anbieten, zwei Karten auf dem Spiel verbringen und sie zerstören. Ich biete meinen Rentner-Wachs-Keks an und zerstöre deine beiden Verdeckten. Hohohohohohoho. Mach. Gut, zieh' ich eine Karte. Metall-Rache. Klar. Komm. Wiedergeburt. Mach kurz einen Prozess jetzt. Eiskalt! Cyber-Rache-Unendlichkeit. Ach, ja. Du darfst den repornen, der wird ja durch Nova beschworen. Der hast du durch seine eigene Mechanik halt beschworen, also von daher ja. das geht ja so das sind dann 28 das hier und 254 verdammtes rechte ich ja okay ja schade hat nicht sollen sein ja das war das dritte und letzte wird des heutigen tages das alphabet musste sich der putzkolonne der drachemädchen stellen und ergeben ja hat trotzdem ein bisschen spaß gemacht würde ich sagen und ja wir verabschieden uns für heute danke dass ihr zugeschaut hat nächsten samstag geht es weiter mit dem guten robert und christian 14 uhr twitch.tvs gleichstörte online video schaltet ein habt spaß und dann bis zum nächsten mal macht's gut und dann bis zum nächsten mal